Musik 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 Das war's für heute. Was nehmen wir die jetzt mal? Als Gebäude? Der Kronenspeicher, ne? Das ist nämlich was ganz Wichtiges. Stockholm wird langsam ein bisschen geäußert. Über hier dann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und die dürfen weiter schlafen. Das ist Parade benötigt. Das ist wirklich Fackmittel, wenn die das zu Hause hat. Ich will die noch aufgenommen werden, wenn sie die Stadt vornehmen. Was die brauchen muss. Das war's für heute. Leere uns. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ein Steinberg wäre auch ganz wichtig, wenn wir das bauen. Ein Arbeitsboot. Soll es sich gut an, aber brauchen wir auch. Ja, das ist meine Erklärung. 5. Hier wird mal eine Patillage errichtet. Machen wir gerne. Machen wir gerne. Das ist ein bisschen mit ihm. So, die sind hier auch fertig. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Ich gucke, wie soll ich etwas anderes machen? Das ist Carlos C. Dum, 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 dum. Ich gucke, wie soll ich das machen? Ich gucke, wie soll ich das machen? Schauen wir uns das hier an, Schabballen, ja, geht soweit. Ein Stadtsch... Hallo, Herr Siki. Ein Stadtsch... 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 Usapos! Nein! Usapos! Usapos! Also, er ist auf jeden Fall recht in Ordnung. Aber... Ja, ne? Das ist ja klar. So. Ne, das haben wir ja nicht. So, aber auf jeden Fall, ähm, Sid Meier Capitalization V. Könnt ihr einfach mal selber spielen. Ist ein recht schönes Spiel, ähm... Und... Könnt's einfach euch mal selbst anschauen. Und in diesem Sinne, viel Spaß! Und bis zum nächsten Gameplay hier auf eplaymucv.de.